so hier wieder aussichtsposten den holen wir uns natürlich wieder wir wollen uns ja hier möglichst schnell gut orientieren können ist ja klar ja zwei zwei zwölftel haben wir hier welche waffe ist denn alarmiert auf mich und warum aber die muss man ja erst noch provozieren in diesem teil ab nach damaskus was ist das dass das da so blinkt leuchtet glitzer etwas interessantes das ach so einfach überlaufen okay eine von hundert ja das können die vergessen dass die mich hier noch fangen sorry kumpels ich habe keine zeit für euch ich muss hier auf den aussichtsposten rauf hoffentlich werfen die hier nicht schon wieder mit steinen doch das tun sie aber sich kontakt ist unterbrochen ist das schon mal ein ansatz mal schnell synchronisieren während dieser zeit scheinen die wachen ja nicht da ist noch so eine könig richard flagge hier runter gehen 2 von 100 natürlich immer noch nicht so eine riesen oh das hat er zu ihr getan ja jetzt ja wie ach schön die gesundheit stellt sich hier auch schnell wieder her mal schauen wie das jetzt aussieht ok hier vorne haben wir schon wieder ein aussicht das war nicht absicht davon ist ein aussichtspunkt da gehen wir noch mal kurz hin und dann wo dann endlich direkt nach damaskus was ist denn das hier für ein belagerungs lager war ja jetzt nicht nett was ich 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 dann ich 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 also im gegensatz zu teil 2 der assassin's creed rolle rolle scheint es hier reihe natürlich scheint es hier viel mehr offene länder zu geben statt all diese städte da war man ja viel in florenz und wo auch sonst noch so ich will hier eigentlich nur auf das fährt steigen geht das nicht doch so ach und hier hat es noch so eine könig richards ding die haben die auch gesammelt scheint ja wirklich schön groß verteilt zu sein da könnten wir sogar irgendwie 30 oder so finden aber ich bezweifle das wieder in alle 100 haben schlussendlich wenn sie es mit mehreren gegnern zu tun haben um einen vorteil zu gewinnen ja das hast du schon mal gesagt sind jetzt in damaskus eine stadt eine stadt wie schön da gibt es euch die meiste action was habe ich denn getan so 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 Gut, der sollte dann wohl gerettet sein. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Das ist ein böses Omen. Okay, ich glaube, das Pferd kann ich da drin eh nicht mehr benutzen. Ach, und hier, das sind dann die Gelehrten. Aber ich muss mich ja jetzt hier... Ach so, den folge ich dann auch gleich sofort. Mit in die Stadt, oder wie sieht es aus? Dass ich mich auch noch frage, warum bin ich hier so unbeliebt? Ich meine, das ist doch unser Nachbarland und herrscht hier Kriegs, die Kreuzzüge. Ich meine, das sollte doch eine arabische Stadt sein. Das sollte doch nicht den Templern gehören. Die sehen hier auch nicht gerade so aus wie Christen. Die sollten kein Problem haben mit mir.